Ja, ich habe immer versucht, meine Emotionen bei mir zu halten, um mich wirklich auf den Moment zu konzentrieren. Und es ist unglaublich, dass ich das erleben darf. Danke! Kein nur Dankesag an alle, die immer hinter mir gestanden sind. Danke auch an die, die es nicht da sind, weil das hat mich noch mehr motiviert. Danke ans gesamte Team. Es war ein unglaublicher Sex-Skisprung-Tag und ja, ich genieße es jetzt einfach.